Herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Kanal der Stadt Bad Liebstein. Wir beschreiten neue Wege. Wir wollen den Kanal nutzen, um über Themen der Stadt zu informieren. Wir wollen auf Entdeckungsreise gehen durch die Stadt und ihre Ortsteile. Wir wollen Themen aufgreifen, die die Bürgerinnen und Bürger interessieren, Themen, die die Gäste interessieren, Themen, die für Vereine, Unternehmen und Investoren relevant sind. Wir wollen zeigen, welche Stärken unsere Stadt hat, welches Potenzial unsere Stadt hat. Wir wollen aber auch darüber aufklären, wo wir an Grenzen stoßen. Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass Informationen in die Öffentlichkeit kommen, dass über Sachverhalte aufgeklärt wird, dass auch Entscheidungen nachvollziehbar gemacht werden, im Großen und im Kleinen. Dazu wollen wir diesen Kanal nutzen. Ich freue mich drauf.